Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlock 522 am Montag, den 6. Mai 2024. Es ist 22.30 Uhr und wir haben 11 Grad Außentemperatur in Musselboro. Heute hat es vormittags und über die Mittagszeit die ganze Zeit geregnet. Ich habe dann noch am Stellplatz, wo ich ja letzte Nacht übernachtet habe, noch entsorgt und bin dann kurz vormittag dann auch dort weggefahren. Bin dann wieder hier auf diesen Park & Ride Parkplatz gefahren und habe gearbeitet. Hatte dann noch ein Meeting bezüglich einer Testung eines neuen Plugins. Da wurde ich neulich kontaktiert von einer Frau, die für einen Webentwickler, der eben dieses Plugin entwickelt hat, für WordPress-Seiten, auf der Suche ist nach Leuten, die dieses Plugin wirklich durchtesten. Und ja, das werde ich jetzt tun. Hatte ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben natürlich über dieses Plugin gesprochen, aber wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, was ich mache. Und ja, nach meiner Motivation hat sie gefragt, warum ich das so mache und so weiter und so fort. Und sie hat eben ihr Leben auch vor über einem Jahr neu gestaltet. Hat also quasi auch einen Umbruch in ihrem Leben. Und darüber haben wir uns halt ausgetauscht. Es war ein sehr angenehmes, sehr nettes und intensives Gespräch. Mit wirklich einer Fremden auch, die im Moment jetzt gerade in Spanien ist, in einem Landesteil, der als Schottland von Spanien bezeichnet wird, Galicien. Das wusste ich auch nicht und sie hat es auch erst neulich erfahren und fand ich sehr interessant. Ja, und danach habe ich noch weitergearbeitet, habe mir jetzt noch was zu essen gemacht und gegessen natürlich. Und jetzt werde ich noch ein bisschen Serie gucken und dann auch zu Bett gehen. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wäre toll, wenn du die Show bei iTunes abonnierst. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Unterstützung.